So, heute testen wir die Corsair von VECO, die Truneo und die neue Supercobra 7 Plus. Mal sehen was dabei rauskommt. Alle. Wo ist denn der Blick, eh? Das ist nicht gut, oder? Ja. So, fangen wir die Corsair aus. Scheiss Feuerzeugen. Wir sind leider schon genervt, okay, liege in die Video-Wesche. Das ist nicht gut. Ich gehe jetzt nicht rein. Es ist in die Karte. Ich werde sie nicht mehr in die Karte. Ich habe das nicht mehr in die Karte. Das ist nicht mehr Beste. Das ist nicht mehr Beste. Jetzt die Supercobra Zin Plus. Oh, man!